Hallo und Servus aus Tijol. Mein Name ist Robert Höck. In meinem heutigen Film dreht sich alles um die schönsten Schafrassen. Weltweit gibt es über eine Milliarde Schafe in über 600 verschiedenen Rassen. Das ist eine erstaunliche Zahl. Das Schaf gehört gemeinsam mit der Ziege und dem Hund zu den ältesten Nutztieren der Menschheit. Darum konnte sich über die Jahrtausende hinweg auch diese große Vielfalt an Rassen entwickeln. Hier in meinem Film stelle ich vor allem solche Rassen vor, die mir persönlich jetzt bei meinen Dreharbeiten auch in Mitteleuropa untergekommen sind. Darum fehlen jetzt bestimmte Rassen einfach, die es trotzdem natürlich wert gewesen wären, dass man sie hier zeigt, wie zum Beispiel das vierhörnige Jakobschaf oder die Heidschnucken aus Deutschland oder manche besondere Typen des Fettspandschafes, welches in Asien und Afrika verbreitet ist. Aber ja, es scheitert halt einfach daran, dass ich hier in Österreich lebe und einfach nur in der Umgebung unterwegs bin. Bitte nehmt dieses Ranking darum auch nicht zu ernst. Es kann auch sein, dass die Schafe, ja oder sagen wir mal die Herkunft der Schafrassen ein bisschen österreichlastig ist, aber ich bin halt einfach ein Österreicher. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Meinungen und Kommentare und ich bin schon sehr gespannt, wie viele Schafhalter und Schaffreunde es hier auf YouTube gibt. Also ja, viel Spaß beim Anschauen. Den zehnten Platz meiner schönsten Schafrassen belegt das braune Bergschaf. Braune Bergschafe waren lange Zeit keine eigene Rasse, denn in Bergschafbeständen kamen immer wieder braune Einzeltiere vor. Erst 1934 wurden sie in Bayern zum ersten Mal wie eine eigene Rasse gezüchtet. Damals befall der Wittelsbacher Herzog Ludwig Wilhelm, dass seine Jäger nur noch die Tracht aus brauner Schafwolle tragen sollten. Eigens dafür holte er sich Schafe aus Tirol und begann mit der systematischen Zucht des braunen Bergschafes. Bis heute haben diese Tiere Bestand, obgleich sie niemals besonders häufig waren. Glücklicherweise gibt es heute aber wieder einen guten Markt für braune ungefärbte Wolle. Neben dem braunen Bergschaf gibt es auch ein schwarzes Bergschaf, dessen Wolle im Sommer aber ebenfalls braun wird, da sie stark ausbleicht. Anhand der Lämmer kann man die Grundfarbe aber gut unterscheiden. Auch das schwarze Bergschaf ist relativ selten, erfreut sich aber einer steigenden Beliebtheit. Steinschafe stellen den urtümlichsten Schaftyp dar, den man heute im Alpenraum antreffen kann. Sie sind die direkten Nachfahren des mittelalterlichen Zaupelschafes, welches wiederum direkt auf das steinseitliche Dorfschaf zurückgeht. Das alpine Steinschaf ist bekannt für seinen großen Farbenreichtum. Alle Grundfarben des Schafes sind bei dieser Rasse zu finden. Aus der Zucht ausgeschlossen werden beispielsweise aber gescheckte Tiere. Das alpine Steinschaf ist ausgesprochen robust und sehr gut für die Alpung geeignet. Es ist zudem sehr fruchtbar und ein guter Futterverwerter. Neben dem alpinen Steinschaf gibt es zum Beispiel noch das Montafona Steinschaf, das Krainer Steinschaf und das Tiroler Steinschaf. Tiroler Steinschafe werden als Lämmer meistens Kohlrabenschwarz geboren. Mit zunehmendem Alter werden die Tiere dann immer heller. Direkt nach dem Scheren sieht man die Unterschiede in der Farbgebung am besten. Den achten Platz meiner schönsten Schafrassen belegt eine Schweizer Schafrasse, das sogenannte Juraschaf. Beim Juraschaf könnte ich es durchaus verstehen, wenn es mit einer Identitätskrise zu kämpfen hätte. Denn diese Rasse wird in der Schweiz häufig auch als schwarzbraunes Bergschaf bezeichnet. Diese Bezeichnung hat zu Verwechslungen mit dem braunen Bergschaf geführt, welches in Österreich und Bayern sehr beliebt ist, aber durchaus anders aussieht. Ein weiterer Grund, warum eine Identitätskrise bei dieser Rasse naheliegend wäre, ist die Tatsache, dass es sich beim Juraschaf eigentlich nicht um eine Rasse handelt, sondern um den Zusammenwurf mehrerer Alterrassen. Bis heute unterscheidet man im Groben drei verschiedene Typen bei dieser Rasse. Es gibt einen hellen, cremefarbenen Typ, einen mittelbraunen Typ und einen dunklen, fast schwarzbraunen Typ. Hinzu kommt, dass Juraschafe häufig mit anderen Schafrassen gekreuzt werden. Besonders beliebt sind Gebrauchskreuzungen, bei denen man die Muttertiere des Juraschafes mit Fleischrassen kreuzt. Bei vielen Züchtern kommen zum Beispiel Böcke der Fleischrasse Shropshire aus England zum Einsatz. Die Lämmer, die aus solchen Kreuzungen hervorgehen, sehen zwar niedlich aus, sind für den Erhalt der Rasse aber nicht von Bedeutung. Für mich war es beim Filmen gar nicht möglich, eine Herde anzutreffen, in der nicht Lämmer aus Kreuzungen zu sehen waren. Trotzdem hoffe ich aber, dass es mir gelungen ist, einen Eindruck von der Schönheit dieser Schweizer Schafrasse zu vermitteln. Die nächste Rasse in meinem Ranking stammt aus Deutschland und wirkt ausgesprochen knuffig. Es geht um die sogenannte Skude, deren Heimat Ostpreußen ist. In Ostpreußen war sie jahrhundertelang die am weitesten verbreitete Landrasse. Man zählt die Skuden zur Gruppe der kurzschwänzigen Heideschafe. Alle Heideschafe haben eine relativ grobe Wolle. Man verwendet diese Wolle heute nur noch zum Teppichknüpfen oder für die Herstellung von grobem Lodenstoff. Der Hauptnutzen der Skuden liegt heute in der Fleischgewinnung und in der Landschaftspflege. Auch in reinen Liebhaberhaltungen trifft man diese Rasse häufig an, denn sie ist besonders klein. Mit einem Durchschnittsstockmaß von 50 bis 60 Zentimetern ist die Skude Deutschlands kleinstes Schaf. Nur eine Rasse ist noch kleiner als die Skude und die stelle ich auf dem nächsten Platz des Rankings vor. Das Waison-Schaf von der gleichnamigen französischen Insel Waison ist die kleinste Schafrasse der Welt. Viele Tiere erreichen gerade mal ein Stockmaß von 45 bis 50 Zentimetern. Ein anderer Name für die Rasse ist bretonisches Zwergschaf. Neben der geringen Körpergröße hat auch der große Farbenreichtum der Rasse sehr zur Beliebtheit beigetragen. Man findet alle Grundfarben, die bei Schafen vorkommen. Eine Besonderheit sind die Schimmel. Sie werden ganz dunkel geboren und dann mit zunehmendem Alter immer heller. Die Böcke der Waisons haben hübsche, spiralig eingedrehte Hörner. Auch die weiblichen Tiere sind gelegentlich behornt. In der reinen Landwirtschaft trifft man Waisons-Schafe heute nicht mehr an. Auf ihrer Heimatinsel waren sie zwischenzeitlich sogar ausgestorben und konnten nur dank einer Population auf dem Festland überleben. Der Hauptnutzen liegt in der Landschaftspflege. Viele Privathalter halten sich die Waisons als lebende Rasenmäher. Allerdings muss man sich um sie genauso gewissenhaft kümmern wie um alle großen Schafrassen. Bei guter Pflege werden sie schnell zutraulich und ich würde sie sogar als sehr menschenfreundlich bezeichnen, weshalb sie sich den sechsten Platz wirklich verdient haben. Der schwarz pigmentierte Augenbereich ist ganz klar das Markenzeichen des fünften Platzes. Das Kärntner Brillenschaf sieht auf den ersten Blick recht lustig und ungewöhnlich aus. Neben den Augen können auch Teile der Ohren bei reinrassigen Tieren schwarz pigmentiert sein. Ansonsten soll ein schönes Kärntner Brillenschaf aber rein weiß sein. Die schwarze Pigmentierung im Augenbereich bringt den Brillenschafen angeblich den Vorteil, dass sie im Hochgebirge nicht so empfindlich gegenüber starker Sonneneinstrahlung sind. Rein weiße Schafe haben nämlich manchmal Augenprobleme, weil sie sehr unter der UV-Strahlung leiden. Besonders die Schneefelder reflektieren das Sonnenlicht nämlich recht stark. Das Kärntner Brillenschaf findet man heute nicht nur in Kärnten, sondern auch in einigen anderen Bundesländern Österreichs. Außerdem gibt es seit vielen Jahrzehnten eine stabile Zuchtpopulation in Bayern. Obwohl es ein relativ großes Verbreitungsgebiet hat, ist das Kärntner Brillenschaf nirgendwo besonders häufig. Neben dem Kärntner Brillenschaf kennt man auch noch das Vilnösser Brillenschaf aus Südtirol. Beide Rassen sind sich recht ähnlich und haben eine ähnliche Abstammung. Man sagt, dass alle Brillenschafe auf das Einkreuzen von Baduanerschafen und Bergamaschschafen in alte Landschläge zurückgehen. Der vierte Platz meines Rankings der schönsten Schafrassen stammt von besonders weit her. Wie der Name ja eigentlich schon verrät, kommt das Kamerunschaf aus Afrika. Schon vor vielen Jahrzehnten gelangten die ersten Kamerunschafe in europäische Zoos. Heute trifft man sie auch in der Landwirtschaft an, denn das Kamerunschaf hat eine Besonderheit. Es ist kein Wollschaf, sondern ein sogenanntes Haarschaf. Haarschafe stoßen ihre Wolle nach dem Winter von selber ab. Sie müssen also nicht geschoren werden, denn das Scheren ist heute oft eine lästige Arbeit. Man bekommt nämlich für die Wolle kaum noch etwas, sodass es praktisch ist, wenn eine Rasse nicht geschoren werden muss. Man verwendet das Kamerunschaf darum auch für die Kreuzung und für die Zucht neuer Haarschafrassen. Obwohl das Kamerunschaf ursprünglich aus Afrika stammt, ist es bei uns erstaunlich gut winterhart. Kälte verträgt es besonders gut, wenn es einen trockenen und windgeschützten Unterstand zur Verfügung hat. Obwohl es beim Kamerunschaf viele verschiedene Farbschläge gibt, sind doch die wildfarbenen Tiere am häufigsten. Sie ähneln meiner Meinung nach ein wenig dem europäischen Mufflorn, weshalb ich diese Tiere besonders schön finde. Auch mit Ziegen werden Kamerunschafe häufig verwesselt, besonders mit den Gemsfarbenen Gebirgsziegen. Den Einstieg in die Top 3 meiner schönsten Schafrassen schafft eine Rasse aus Ungarn, das sogenannte Zackelschaf. Zackelschafe gehören zu einem sehr alten Schaftyp. Man sagt, dass es sie in Ungarn mindestens seit über 1000 Jahren in fast unveränderter Form gibt. Zackelschafe werden traditionell in weitläufigen Steppengebieten der ungarischen Buster gehalten. Sie werden dort oft kaum beaufsichtigt und führen ein nahezu natürliches Leben. Dementsprechend hat diese Rasse einige Urinstinkte aufzuweisen, die man bei anderen Rassen nicht mehr so findet. Besonders berüchtigt ist der Fluchtinstinkt der Zackelschafe. Für die Haltung in kleinen Gattern sind die schreckhaften Tiere darum nicht so gut geeignet. Das Besondere an der Rasse sind die korkenzieherartig eingedrehten Hörner, die v-förmig auseinander stehen. Je älter die Tiere sind, desto länger können diese Hörner werden. Die Hornlänge ist darum auch ein Indiz für das Alter eines Zackelschafes. Es gibt beim ungarischen Zackelschaf mehrere Farbtypen. Im groben unterscheidet man aber zwei Varianten, den hellen rötlichen Typ und den dunklen fast schwarzbraunen Typ. Das ungarische Zackelschaf ist eine stark bedrohte Rasse, wird glücklicherweise aber mittlerweile in vielen Ländern Europas gezüchtet. Um den zweiten Platz meiner schönsten Schafrassen zu erreichen, muss ein Schaf schon ganz besonders schön sein. Und das ist das Walliser Schwarznasenschaf aus der Schweiz ganz bestimmt. Schon auf den ersten Blick ist es unverwechselbar. Ein besonderes Merkmal sind die schönen Hörner, die sich zur Seite hin ausrichten. Aber auch die Farbgebung lässt nicht zu wünschen übrig. Der Name Schwarznasenschaf ist Programm, denn der vordere Teil des Gesichtes ist schwarz gefärbt. Außerdem sind die Ohren und Teile der Beine schwarz pigmentiert. Ansonsten ist das Walliser Schwarznasenschaf aber weiß. Für eine ausgesprochene Gebirgsrasse hat das Walliser Schwarznasenschaf eine ungewöhnlich dichte Wolle, die sich gut für die Weiterverarbeitung eignet. Das Walliser Schwarznasenschaf ist also ein Mehrnutzungsschaf. Es liefert gute Wolle, hat aber auch eine hervorragende Fleischqualität, eignet sich für die Landschaftspflege und für die Gewinnung von Pelzen. Heute werden Walliser Schwarznasenschafe auch außerhalb der Schweiz gelegentlich gehalten. Besonders Liebhaber erfreuen sich an der Schönheit der Rasse. Im Grunde genommen gibt es das Walliser Schwarznasenschaf mindestens seit dem 15. Jahrhundert. Der wichtigste Vorfahre der Rasse war das Wisperthaler Schaf, das ebenfalls in beiden Geschlechtern behornt war und recht ähnlich aussah. Im 19. Jahrhundert wurden allerdings englische Schafböcke in den Bestand eingekreuzt. Das hat zu der guten Wollqualität der Rasse geführt. Der Grundtypus des Schafes hat sich dadurch aber kaum verändert, sodass man das Walliser Schwarznasenschaf getrost als ein lebendiges Stück Schweizer Kulturgut bezeichnen kann. Es ist schön, dass man sich heute sehr darum bemüht, dass diese alte Rasse nicht ausstirbt. Kommen wir nun zum ersten Platz meiner schönsten Schafrassen. Ich habe mich für das gescheckte Bergschaf entschieden. Mit dieser bunten Rasse wird es dem Schafzüchter niemals langweilig. Ganz allgemein fällt es bei Schafen ja oft schwer, die einzelnen Tiere voneinander zu unterscheiden. Beim gescheckten Bergschaf ist das kein Problem. Jedes Exemplar hat ein individuelles Scheckmuster zu eigen. Schon immer kamen in Bergschafbeständen gescheckte Einzeltiere vor. Früher galten diese jedoch als minderwertig, weil man für die Wollproduktion ein möglichst einheitlich gefärbtes Vlies haben wollte. Die Wolle der gescheckten Bergschafe galt als schwierig zu verarbeiten, weshalb man diese Tiere meistens nicht für die Zucht einsetzte. Heute ist das komplett anders. Das Schicksal der gescheckten Bergschafe hat sich komplett gewendet. Die Vliesfarbe ist heutzutage nämlich in der mitteleuropäischen Schafzucht zweitrangig geworden, denn für Wolle erzielt man kaum noch gute Preise. Das kam dem gescheckten Bergschaf sehr zugute. Viele Züchter, die jahrzehntelang weiße Bergschafe gezüchtet haben, setzen in ihren Herden nun gescheckte Böcke zum Decken ein. Dadurch werden fast immer gescheckte Lämmer geboren, sodass dies eine relativ unkomplizierte Methode ist, um auf das gescheckte Bergschaf umzustellen. Man bezeichnet diese Vorgehensweise auch als Verdrängungskreuzung. Obwohl das Hauptzuchtgebiet des gescheckten Bergschafes das Tiroler Land ist, so wurde die Rasse doch zum ersten Mal 1990 in Niedersachsen als eigene Rasse anerkannt. In Österreich ist man gerade dabei, sich um die Rasseanerkennung zu bemühen. Die dortigen Züchter bezeichnen ihre Tiere teilweise auch als Tscheckenschafe und die Zuchtverbände sind sogenannte Tscheckenschafzuchtverbände. Wer weiß, wenn es mit der Beliebtheit der gescheckten Bergschafe so weitergeht, sind sie in baldiger Zukunft vielleicht sogar häufiger als die weißen Bergschafe. Mich würde es freuen, denn eine Herde bunt gescheckter Schafe ist wirklich ein tollter Anblick. 25.12 25.11 22.23